Wir sollen diesen Term vereinfachen, da gilt jetzt hier hoch 3 hoch 2, da gilt die Multiplikationsregel, das heißt, das ist a hoch 3 mal 2 mal 1 halb und dieses a, wenn nichts dabei steht, denke ich mir an a hoch 1. Kommutativgesetz, ich kann es ein halb nach vorne schmeißen, also ein halb mal a hoch 6 mal a hoch 1. Hier gilt die Plusregel, also das ist ein halb mal a hoch 7 und das war schon die ganze Aufgabe.